so dann hallo ich bin wieder da ich hoffe dass es jetzt besser funktioniert Achtung! Feinde voraus! Ja! Ja! ude Ich weiß auch nicht, wieso meine Pit-Karte so niedrig ist. Und so, dass die so im Keller ist. Mist, entschuldigung. Ja! What's up? Salut! Wie geht's? Ja, gut. Was soll der Doktor? Ja, mein Sportdoktor soll nach Meiro und mich alles machen. Ich kriege richtig Medikamente. Das ist mega heiß oder wie? Äh, so ungefähr. So, Tramadol kriegst du nicht einfach so verschrieben. Ah ja, das kann ich ja. Ja, das habe ich schon. Wuhuuu! Ich kriege ein bisschen NK in Form von Box da im Spidol. Ich weiß, dass das schon ähm, Mittelastet hat. Du wohnst nach Hause, was nicht so viel hält. Ja, das hat viel geschnitten. Ah, wie weit bist du? Oh, ich hab gestern nicht zu viel gespielt. Ich hab pure Un- äh, Unlachen gemacht. Die Leute die nächste Unlachen machen. Wo ist denn ein 25? Nee. Was schieß ich nur, wenn du da rein gehst? Mit natürlichem Gas. Ach Gott. Wenn du den Generator und die Ablaufohren zerstörst, wird der Druck zu hoch für das System. Das erinnert mich an meine Uni-Zeit. Hm? Ja, das ist ja noch gar nicht in Haul. Stufe 13. Jetzt sind wir. Jetzt sind wir dabei Stufe 15. Stürme, bleib draußen. Bleib warten! Uff, ne? Es hat keinen Hären doch. Doch. Ich stößt ganz so. Hä? Okay. Wascht man halt nur auf Oden, aber... Ich wollte geschießen ja auch und dann... Ah, ach, ach... Ach, ach, ach... Ach! 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 Perfektisch. Ich muss sie direkt holen, oder? Ja. Achtung! Scheiß entdecken! Ich denke so, ob die Nerven, weil diese durch ihn dann hier sprangen. Ja. Das ist doch nicht normal! Jetzt kann ich dich! Ja. 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 Die A stand die zweite, die war doch ziemlich easy, da konnte ich einfach da durchrennen. Du machst aber auch schon eine Tillestation. Oh, ich vergischt ein bisschen, du, aber ich habe meinen ganzen TikToker geriecht. Ich mach sowieso irgen ab, das war der Moment nicht stimmt mehr, ich weiß nicht was. Okay. Ja, natürlich, getrun, gut. Ich wette es wäre mehr da, wäre ich leiser gewesen. Statusbericht. Ich hatte gestern eigentlich so einen Bericht von, da war auch so alles abgeschrieben. Da steht doch, ja, Verschmutzung vom Wasser ziemlich heisch, aber Priorität niedrig. Super. Dämpfeldverschmutzung heisch, Priorität niedrig. Sie wüsste wohl hier Priorität allein. Schmeckt was, nein, ich hab mich besser gemischt. Nein. Oh fuck. So, ohne Schoß gesammelt. Ah, ne, ist ne Repet. Kaktus, alles der Kuchel sind an der Reklom. Wir haben ja den metallischen Geschmack berichtet in diesen Zonen. Aber unsere Masken sind absolut geeignet, um starke Verschmutzungen aus der Luft zu filtern. Natürlich bleibt noch die Möglichkeit der Aufnahme über die Haut. Aber bis tatsächlich die ersten Bewohner hier eintreffen, möchte ich hinzufügen, wird jegliches Mittel bereits durch den Regen entfernt worden sein. Wir bevorzugen Entlaubungsmittel im Gegensatz zu Feuer, da wir sie von den Navi unbemerkt einsetzen können. Ihnen keine Gelegenheit zu reagieren geben und so SecOps-Ressourcen sparen können, die aktuell sehr knapp sind, wie mir mitgeteilt wurde. Ich denke, damit habe ich alle Bedenken zu diesem Thema angesprochen und wir können es abhaken. Mal schauen, ob ich das Spiel fertig bekomme, damit ich den Muffer gemacht habe. Ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast, denn hier habe ich nicht gedacht, dass es noch eine Basis war. Oh Gott, ein Gras oder was? Nein, das war ein Gras. Ich finde es interessant, weil ich so dick nur bei der Quad war und so durch den Niveau geguckt habe. Und dann habe ich nur ein Basis gefunden. Es ist auch ein Urven. Was war das? Ja, hi, du. Du hast es. Ja, ich gucke noch mal. Das ist mein Spiel da nun. Verschiede Sachen kannst du durch den Niveau gehen. Die hatte ich geholt. Ich habe mich amüsiert. All die Punkte zu sammeln. Und da... Normal war es beim Busch. Müsst ich alles so weit vom Tun. Wartob gedeckt, dass... Urven nicht noch dick viel zu sammeln. Die wollen noch dick viel zu sammeln. Höh! So, halver hier. Am Anfang nur ein Niveau schmäh. Kein Sohn oder so. Ich weiß nicht, ob es direkt bei uns ist, also ich bin nicht... Die Domeleinke Mordmengen. Ich kann hier gucken. Mann, wo ist der schon gelandet? Mann, wo ist der schon gelandet? Bist du? Ach, da hast du einen Sponsoreschon bei mir nicht betreuen? Oh nein. Sie ... Das sind die Unversicht. Aber guckt sie, das ist bei mir in der Reaktiv, he? Wtf? Dann machen wir das. Ich bin das schon 100 Mal. Ich muss mich stärker sein, wie ich kann. Ich werde immer sterben, aber zumindest nicht so oft. Ich werde mein Fahrrad wieder abnehmen. Zitat, dass ich nie ein Team passe, Ich werde es auch ein paar Flaschen kaufen. Es ist unsere Flaschen sogar ab. Bringt man da etwas? Nein. Ein Schwuchsteil, weil ein Bass ist verstopft. Das ist ein Schwuchsteil. Noch eine Tunnelbohrmaschine, die nach Mineralien sucht und sich in den Hand frisst. Genau wie letztes Mal. Zuerst die Hilfseinheiten. Da gibt es einige. Oh, schon mal ein Stufeilzehn. Oh, schon mal ein Stufeilzehn. Oh. Oh. Woosh! Nein, die wird in der Lama gespürt. Wo? Woher bald schief ist, gell? Nein, da war doch steuerähnig wieder nicht. Ah, die ist voll. So, das auch. Und ja, das schafft auch drin. Hm. Das schafft auch die überhaupt. Danke. Ah, die auch. Das war Beruf, da hat man noch nie etwas gesagt, obwohl ich äh, Paco und sich fand ich interessant, aber die Geschichte fand ich nicht gerade geil. Hm. Du möchtest auch nicht interessieren. Wir brauchen schon noch Leute, ob ich mich nicht orientiere, Karina. Was willst du denn machen? Ich habe Pfleger. Wem war schon, ich hab mich drauf, wo ich war, hattet ihr auch gerade nicht. Oh, ha zu, du kannst irgendwas ja machen. Ja. Ich brauche keine Uni zu machen. Ich gucke nur mal auf dem. Oh, was hat das dumm ist. Vielleicht kann ich halt mir vorbei machen. Das ist wirklich gebrochen mit der Scheiße. So. Oh, tiktok. Ganz schlimm, man. Alles voller Stephen Hawking. Hm. Was hast du da? Wie finde ich das stören dem Scheiß? Scheiß Minecraft, oh. Hm. 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 Ich hab so richtig Hunger. Ich hab so richtig Hunger. Ich hab wirklich gekackt die Bases anzuwählen ohne einen Alarm ausleyzen. Oh mein Gott. Oh, shit. Oh, hast du gefühlt? Bild halt war verrückt, geil. Okay, haben wir ein... Controller ist doch erst gegangen. Okay, ist ja früher geht drin alles. Keine Ahnung. Das war die Personalen. Wir danken euch für eure Dienste zum Wohle der Menschheit. Gefährliches Wetter da drauf. Bleibt wachbar. Passt auf euch auf. Kapibara, 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 Kapibara. Schnell, die Kapibara. Oh, du. Wie Musik, geil. Kapibara, Kapibara, Kapibara. Kapibara, Kapibara, Kapibara. Kapibarao. Die Anlage ist zerstört! Alles ist zerstört! Die Anlage ist zerstört! Die Anlage ist zerstört! Die Anlage ist zerstört! Gehört. Wow, ich denke, dass ich das nicht erwischt habe als genau so viele Leute, die ich erwischt habe. Oh, da können wir ja trotzdem Komödie machen. Das ist wohl die Scheisse. Warte, gelingt jemand. Ne, ich werde besser mischt. Ne, alles direkt in den Keller. Uh, ne, die Duell-Buchse mischt mich besser. Ja, ja. Hast du auch schon so ein Bolo, wo Flit, äh, wo ich da Musio-Footie machen muss, wo ich da nicht Kunst-Footie mache, weil der Computer nicht aktiv ist? Ne, hatte ich bisher noch nicht. Warte, musst du doch mal? Keine Ahnung, ähm, das ist eigentlich die Schnitt-Footie-Kamera, weil ich den Computer nicht scannen kann. Ne, ich bin schon nie höher. Hast du schon eigentlich geprobert, einfach für mich weiter als auf der Map zu flirren? Ja, ich wank, es ist ganz heisch geflohen. Ja, ja! Ich guck mal ein, wie weit ich... Ich weiß auch, wo der Map-Kopf liegt. Oh, was geschickt. Ah, okay. Ich drehte automatisch und selber. Genieß es. Okay, ich würde wohl lecker Frucht zu kriegen. Geht schon einfach über eine Striff auf leer. Das ist ein Stolpapier von mir. Das ist ein Stolpapier von mir. Hä? Hm... Hm... Ich weiß nicht, wie wird er in den und sein Ehrenthaus fragt, aber ich kann ihn nicht mehr für aufzuhalten. Hm... Ich weiß nicht, wie man sagt, wie man das in den Isenthaus fragt. Schon fühlt sich hättere Streuze schon und dieser aus der Dänse schon cool bleibt und sich von allem fernhält Naja, tut doch schon mega krass gebläert Oh, da habe ich schon etwas verpasst Das ist schön, das ist schön Das ist schön, das ist schön Ja 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 Oh my. Was denn heute, Schatz? Hä? Was ist denn da? Erinnerungsmalerei. Wo dann? Erinnerungsmalerei. 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 Es ist mega dämlich. Ich finde es dämlich. Ich fack das. was mein tiktok luft steht sie ruhen aber der wind noch die erinnerung sie damals gegeneinander ist das wie sie über allem schweben oder ist das ihr klagelied weil sie wieder mit dem land vereint sein so dann haben wir das gemacht Ich komme rein. Okay. 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 Ja. Ja! 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 Oh, oh, oh. Okay. 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 Ja, Skillpoint. Sehr schön. Ich warte, Snap. Warte, Ger세, Okay. ! נו נו Oh, da ist auch ein Ruckensfolg. Oh, ist das gut, dich zu sehen. Oh, da ist auch ein Ruckensfolg. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Wo bist du? Das reicht für Nick Du nicht. Okay. 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 Nicht. Okay. 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 Ja. Ja 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 Was ist das? 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 Kai hat vorhin nach dir gesucht. Klang ziemlich wichtig. Wenn du mich fragst, wie solche Karten abnimmst, ist es ein bisschen besser. Wie war das Gericht? Hatte ich nicht gesagt, dass erlesene Zutaten der Schlüssel sind? Es war so lecker. Ich habe alles aufgegessen. Schon gut. Doch sag mir, wonach hat es geschmeckt? Nach Rindenfrucht und Pilzen, glaube ich. Und als ob meine Mutter mich während eines Sturms umarmt. Wie ein Feuer in einer kalten Nacht. Warum erinnere ich mich daran? Nicht alle Geschichten brauchen Worte. Auch Aromen und Gerüche finden das Herz. Ich hatte dir doch eine Geschichte versprochen. Wo hast du das Rezept gelernt? Eine Sarentou hat es mir in einer kalten Nacht beigebracht. Und zwar genau an diesem Ort. Warte. Eine Sarentou? Ja. Sie war gütig. Leicht zu amüsieren. Aber auch voller Überzeugung. Wie du. Woran kannst du dich sonst noch erinnern? Es tut mir leid. Das war vor langer Zeit. Aber sie konnte wunderschön singen. Und sie hatte deine Augen. Oder hast du vielleicht ihre? Oder hast du dich sonst noch erinnern? Okay. Und wenn ich alle blauen Punkte nochmal prüfen muss, heißt das eigentlich, ach du liebe Leute. Ich werde ja nie fertig mit allen Sachen zu prüfen. Okay. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Nächster Punkt und 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 Vielen Dank. Ich hasse diese Scheiße hier zu machen. Ich habe diese Scheiße hier. Ich habe diese Scheiße hier. Ich habe diese Scheiße hier zu machen. Das bedeutet mit Pfeil und Bogen oder halt mit Schießwaffen wie ein Sturmgewehr oder mit einer Pumpe. Ich habe diese Scheiße hier zu machen. Und sonst wie geht es mit dir? Okay, dann schöne Arbeit noch. Ja, mit meinem Knie ist es noch nicht wirklich besser. Ich habe eine Verlängerung vom Krankenschein bekommen bis zum 24. Okay. 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 Ja! 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 Ja, ja. Wow, 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 schusser. Aber, was soll ich eigentlich gehen? Ah, das war ein Pranz. Yo, Skillpoint. Und dann geht der Tor weiter. Und dann geht der Tor weiter. Eigentlich müsste ich da sein. Aber irgendwie sehe ich den Punkt hier nicht. Ich sehe den Wald voller Bäume nicht. Das ist das Problem wieder. Wenn ich das Bild so sehe, sieht es mir aus, als wäre das Teil etwas höher. Und dann geht der Tor weiter. Ich schlug mal ganz nach oben. Pardon, hat nicht lange gedauert. Geh, Stress. Ah, der Johnny war da. Ja. Wenn ich war hin und da. Luffy, ich habe ihn nicht verraten. Ich habe ihn nicht verraten. Bei der thinner Entrance.... Ich höre über hin, wie blöd, nur ein Scheiss par. Boah. lauter mit den löschen scheuern und bürger vor ihm ist es mir hoch sind streng theoretisch mistisch quasi und die richtung ich bin schon mal nur um die scheiß behauptet wo aus denen denn wer jetzt wird sich immer mehr zwischen glücken zweig den haus okay ja ich gesehen bis später bei mir oder doch hat deine freundschaft ich habe meine arbeitslos über diesen disco trupp ja wenn er in das aber der genau na ist der cool nun oder wenn denn den heißt sam hey das ist richtig cool also ich kenne die kundin schon immer So, ich erinnere Lüe an. Ich erinnere den Playstation aus Ön. Ja. Das geht um. Kann doch nicht sein. Ah, was ist denn schon die Höchstumke? Ich weiß nicht genau, Trüpfel. Ah, nein. Oh, das schön Schombineau. Oh, das ist das. Oh, das ist das. Oh, das ist das. Mann, die scheiss Beben, die lieben. Die scheinen da, wieso ich sie nicht zähle? Ich bin auch immer der Problem. Normalerweise, wenn du den Blick auf der Gesäße, dann muss ich auch rum, wie ich sie nicht. Ich bin einfach nicht anders. Ich sehe, das wäre noch ein bisschen mehr unter Loot. Ich kriege das Kinko, hier noch irgendwo da. Ich bin einfach nicht mehr unter Loot. Oh, hohohoho. Woohoo! Woohoo! Ja, ja! Hm. Ach, ich hatte den Hüllen auch gern. Da wird es ja auch hier in der Tür. Du, was ist denn? Ich habe schon einen Pfund. Nein. Das war einer zum Brüder. Ich gebe mich selbst, als ob die nervt, dass immer mein ganzen Scheiss-Twitch sich überall ausloggt. Ich habe schon gerade gemerkt, dass die Blu-Punkte sind Punkte, wo ich sie noch nicht gemacht habe. Ich habe schon gerade gemerkt, dass die Blu-Punkte sind Punkte, wo ich sie noch nicht gemacht habe. Die kann den Dick schleicht unter Schäden. Du musst wirklich drüber gehen, um zu gucken. Warte, das. Ja, das bist du dann. Danke für den Lurk-Dragon. So. Dann starten wir das Spiel. Warte, ich verstehe was. Wenn du die Kran-Ausrüstungskurve heute gemacht hast, kriegst du keine Gruppe. Der Hör hat gesagt. Ach doch, du warst so Gruppe. Hä? Das geht doch nicht. Das muss ich nachdenken, ob du ihn... Boah, zu viel, zu viel... Äh... Viel, zu viel Wuren. Und dann machen sie auch die Namen nicht vor für Telepokter wie die Dinger. Mhm. Plötzlich sind wir in einer Vorführung. Zäh, 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 märtsch. Boah, Schmein. Geht sich schon... Pause gegönnt, und dann geht ein weiteres Gesicht. Gehen wir mal. Ja, die Beben sie wirklich schon gemerkt haben. Gehen wir mal. Ja, schon. Danke für den Lurk, Matt. Ich hab die Lurk-Zeit. Ding, 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 ding. Hä? Äh... Aber es folgt nicht aufs andere. Gehen wir mal. Gehen wir mal. Ja, das ist schon überall... Haferflocken im Willem-Leiweis-Hein tut. Haferflocken mit mir holen und dann fangen da immer Dinger hoch. Gehen wir mal. Genius. Ähm... Was hab ich denn vergessen? Schneein, abzugierst mich jetzt nicht mal. Wie fehlt irgendetwas warm. Mir fehlt das, wo drauf steht, wie viel Zuschauer bei mir sehen am Dingern. Ich warst alle fort. Oh, ich weiß nicht. Was ist denn da? Everything is gone. Everything is gone. Was ist denn da? Wieso? Ist einfach ausgekickt, das Mengen Dinge. What the hell? So. Geh machen. Feu und die Kehl. Und Kamen Pan schon. Ja. Er kommt geschwünsorte. So. 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 . So. 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 Das war ein Unsinn mit Verstärkung. Was? Was soll dieser Unsinn? Was ist das für ein Scheiß? What the hell? Wir haben die Basis doch gestern kaputt gemacht. Also Bippe und ich. Wow, ich muss von der Mai runter. Was ist denn das für ein Unsinn? Was ist das für ein Unsinn? Ich glaube im Kooperationsmodus hat das Spiel echt Probleme. Weil ich habe gestern... Hi Michi! Ich habe mit Beppo all das hier kaputt gemacht. Und trotzdem... Das ist so idiotisch. So idiotisch. Ja, damit ich hier mein Bäumchen bekommen kann. Wie geht es dir, Michi? Michi? Oh, ich renne vorrein. Da ist sie. Ganz gut. Wochenende, ne? Wochenende, Gott sei Dank. Jetzt habe ich ja voll Angst, wenn ich jetzt da hingehe. Es ist da jetzt voll stark gekommen. Ich versuche es mal. Ich versuche es mal. Ich versuche es mal. Ich versuche es mal, was ist da? Hau auf! Oh mein Gott! Wie kann man die sehen? Entweder bin ich dumm oder keine Ahnung, aber wie kann man die sehen? Ich seh die halt echt nicht. Ich suche hier gerade was zu machen. Ich hab keinen Plan, das Twitch da gemacht hat. Warum einfach meine ganze Leiste weg ist? Ich hab gar keinen Plan. Einfach die komplette Leiste ist weg. Ich nicht wissen. So, bin wieder da. Bepo? Ja? Hast du an dem OBS... Innen... Also du hast ja den OBS aufgebaut, ne? Ja. Hast du an dem OBS, wo ich gesagt habe, wie viele Zuschauer hat er, wie lange läuft er, eh schon läuft er so alles? Ähm... Weil bei mir hätten die ihn einfach wasch geholen lassen, OBS. Ja, ja. Den Hunde ist drin. Ja, ist das gemacht. Den Hunde schnitt mich dann extra dran, Mann. Der war schon so drin. Oh, ne. Okay. Leute, wartet kurz, wartet. Ich muss einen kleinen Neustart machen. Oh, schöner. Bei mir ist da nämlich dran. Dafür benutze ich grundsätzlich den Streamlabs, weil beim OBS auch dick oft geschieht, dass Sachen einfach verschwunden sind und die Darstellung komplett weg waren. Äh, das ist mega nervig. Also beim Streamlabs hatte ich bisher nicht die Probleme, dass meine Sachen verschwunden sind, dass ich es neu machen muss. Wann mal ein Chaos durch Mingdomitab ist verschwunden ist, wenn ich schon mal ein Backup da teuer und die funktioniert auch immer. Das ist schon so, wie ich das fertig bin. Ich versuche schon, ich probiere halt sowas mit einem Multistream zu machen. Und das hat aber nicht geklappt. Und äh... Ja. Ich durchnehme ich auch, dass der automatisch am Funk do war, meh. Keine Ahnung. Oh mein Gott, nee. Ich stelle mich sofort von dem Ikrando. Ich stelle mich mega Comedy. Und du bist so crazy. Haha. Ich bin mal ein Chatteil nicht rum. Na, ein Halbzeit. Der soll zurück sein. Hallo, du weißt egal was, schnell für mich sind neue Konnektoren. Wie das Stehe hat mich von der Stadt nicht gesehen. Wie schön ob, wobei er kriegt mich schöner, wenn er ans Urgewiese kriegt, was soll da? Ja, los, passen. So, und die zweite. Du für, ähm, hundest schon mal nach Henke, ähm, der Streammanager von Twitch noch, ob er ja andere auf uns da oben fehlt, hat noch Henke alles zu gesehen. Na, schon klar alles. Mei, oh mai. Geht mein Stream, alle Münzen amai. Wat für Geschichten, wat für Geschichten im Paulaner Garten. Ich weiß nicht, ob da abisch besteht. Da kann ich mir mal nur gefiltern. Drei Wochen und froh. Ja, wat wirst du denn? Hm, wie leif. Ich schläf. Obwohl ich, ähm, mit meinem Schafäuchel das jetzt schon erklärt hat. Ich schläf. Ich schläf. Ich schläf. Irgendwann wird bei mir alles laufen. Alles an der Frage der Zeit. So, dann geht es weiter mit dem Sischen. So, dann geht es weiter mit dem Sischen. Du streamst aber gerade nicht auf TikTok, oder? Nein. Du musst hier bei TikTok mal streamen über OBS, äh, virtuelle Kamera, ne? Nein, über TikTok kann ich gut keine Kamera haben. Nein, auch der Gameplay. Nein. Okay. Ich schlafe durch, ich werde hier ein Streamingprogramm. Ich gucke gerade meine Leute gerade. Okay. 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 Das ist richtig elend. Nein, du lösst nicht. Ich meine, ich wunderschmuck. Okay. Hiiii. Tiktok da nur Probleme anscheinend. Alles, alles installiert. Luzada bestimmt. Stimmt radikal ab Null gesagt. Ich guesinn komme. Ich muss mal. Alles werde ich installiert tun. Ich muss mal. Ein addon muss ich noch installieren, bei meinem Streamlabs aus A2M. Du kriegst ein addon, den du separat installieren kannst, wo der ganze gameplay an der vertikaler abholt. das ist dann einfach für dann wills zerstellen für den social weil dann wirst du schon die richtige schmutz an alles presst nicht mehr nach zuzuschneiden und sagt kann kann aber wird weil herrisch durch die furchtbar die software von twitch selber Ich habe einen TikTok-Kart. Ja, ich habe einen TikTok-Kart. Wie gehst du? Du kannst doch den Capture-Kart nachher holen. Du gehst bei Gerätschaften und gehst dann eine Kamera holen. Wenn du dann eine Kamera holen willst, dann holst du den Capture-Kart. Dann kriegst du ein Bild von den Capture-Kart. Ich mache natürlich alles mit den Dingen aus. Wenn ich den TikTok laufen losse Mom, Twitch her und ich stöbel. Dann musst du die Dinge ausschalten. Wie heißt das? Moderation bei TikTok. Wenn du die Moderation ausschalst, dann hörst du das nicht nachher. Was ist das? Und dann bist du bei den Audio-Ausstellungen, wo du die Mikro anst. Du kannst die Moderation ausschalten. Okay, 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 okay. Du kannst die ganze Zeit überlegen. Ich meine, mein Mikro geht doch nicht. Ich meine überhaupt nicht geht, wie ich gerade gesehen habe. Schon mal so viel mehr gemacht, um den ganzen Faktor anzustellen. Und dann geht aber nicht. Ich lege den Witz. Ich will die zweite Zoom streamen. Dann bist du doch gut. Hm, wohl aber noch. Ich muss mein Mikro schon auch mal angehen. So will ich nicht. Ich muss mir das genau ansehen. Mein Kameras fort. Obwohl ich die auch komplett schon alle so gespeichert. Hart. Gebt lang würde Probleme rum aus. Schmeckt sein armer Kameras geholt. Wie der hier lebt. Weil er geht hier rum nicht zusammen. An die Hälte noch nicht unten. An die Hälte noch ein radikalne Mion. Hm. Lut! Eh, 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 eh. Bye, bye. 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 Bye, bye. Bye, bye, bye. Ich habe die Kamera nicht mehr gesehen. Bist du? Die, 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 die. Ja, wird ich dumm, man. Wird ich die meegemalen? Das war alles perfekt gemahlen, oh. Oh, du hörst du an den Kameran nicht hin. Kein von den zwei. Ich nicht verstehe, warum. Das ist komisch. Ja, weil das nicht die Saal wird, ne? Ja. 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 also geht noch einmal nach lo geht es wo aber es nicht der kreativiert und es ist dumm ganze scheiße nicht mal ich musste fix fix zu schneiden ich würde nur blutungen also schon in das tor in auswahl das hier war du wirst wird schon kamera und normalerweise müsst ihr ja alles was da am bs erst automatisch den anderen rüberkommen natürlich muss die gucken dass da am tic auch den richtigen mikrofon der ein richtiger kopf wird anwes ich habe mittlerweile angst dass er nicht so was ja wenn er das jetzt hat ich mich hier viel runter teilen oder Ich habe auch gesehen, dass du von innen den Licht aktiv hast, dass die sich bewischt. Also, Hauptmikrofon hat eine falsche Gehose. Wie viel? Okay, und dann, Hauptlautsprecher aus den Astro, das ist ja auch richtig, und Qualern, also als OBS, das ist richtig. Mist, alles richtig. Nichts, alles richtig. Ich muss Kamera vielleicht ein bisschen, ich muss den Mikro ein bisschen mehr rufen. Kamera ein bisschen mehr zoomen. Und dann geht das immer bärisch. Ja, heige, seid ihr mich nehmt von der Seite. Ich probiere einfach, weil das geht, geht nicht mehr fährt. Wir kommen schon nicht mehr. Nein. Mit dem Ton nicht normal, also du Mikro herr, den du mir über den Ton vom Spiel herr, den herr und schrägst während dem Dinger. Nein. Nein, du bist echt nicht visuell. Nein, wenn du mich umherrn willst, dann muss ich selber sein. Dann machst du das nicht richtig. Nein, ich höre mich überall selber. Ja, natürlich, guck ich, wenn du mich selber herrn willst. Ja. 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 Ja, ich muss nicht, warte ich mal nachschauen. Okay. Ja, ich muss nicht, warte ich mal nachschauen. Ja. 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 programm finde ich keine ahnung wie bebo es jetzt findet aber ich finde es einfach ein echt dreckiges programm ich mag das programm nicht ich weiß auch gar nicht ob es was bringt auf tiktok zu streamen wenn ich ehrlich bin da hat vorne ist mir einfach wie du bei twitch sehen wir dann ich habe mir voll die mühe gegeben das alles so hübsch einzustellen weißt du bist dieser schöne layout gemacht ja genau hat mir voll viel arbeit gemacht es ist keine gaming plattform aber es ist halt eine plattform wo du leute finden muss man muss ja auch nicht ich hätte also so lieber dass die leute halt von tiktok dann rüber kommen zu titsch weil er kann ich erstens besser mit ihnen sprechen und zweitens nicht auch besser konzentrieren also sowieso auf tiktok wird man keine tausend zuschauer muss ich mich schon ausziehen anscheinend ich finde diesen scheiß baum nicht alles irgendwo unten war da eine höhle da war eine höhle das ist ja genau das mache ich jetzt auch das mache ich jetzt auch nicht die wahre worte hast du gesagt das ist ja genau das mache ich jetzt auch nicht die wahre worte hast du gesagt ja ich käme auf 150 prozent weil ich cool bin ok 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 wo ist denn dieser bekloppte baum das irgendwie hier unten aber da geht es noch nicht ausgemacht kevin ist er draußen bin ich dumm ja das war ein weihnachtsgeschenk das stitch ich suche echt gerade wie eine dumme naja ist von zahl war also wo ist denn dieser blöder bekloppte baum immer noch ich habe keinen plan wie ich da hinkomme komm ich irgendwo rein wäre auch zu einfach ich finde diesen baum hier nicht wenn er von 20 müsste irgendwo ein baum sein aber ich sehe ihn aber ich komme nicht ran ich flesse ihn ganz weg ah warte 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 hier hier was ist das ne ah ich habe ihn kleiner win kleiner win dauerhaft gesteigert ich kriege aber noch immer nichts davon mit ein moment so ok weiter geht's ja komm mal hier runter bitte sooo das hatten wir dann auch mhm ok die bäume habe ich alle was darf man nicht im live stream von tik tok rauchen glaube ich ne ja ich sehe hier ist noch eine fette eine fette basis warst du schon bei der unten links. Das ist auch so eine rote Basis. Ich glaube, da war... Hier habe ich noch eine zwölf. Äh, bei, ähm... verschlungener Strom. Wo bist du da? Wie? Du bist wo da? Unten links, sagst du. Weiter, weiter, weiter. Ah, du hast die schon. Ah, das ist... Die beiden. Ja, die hast du schon. Die habe ich. Sind die schwer? Das sind Stufe 13 waren die bei mir. Ich bin was? Ich bin 14. Ich könnte es halt versuchen. Müsstest du ein Problem hinbekommen. I should try. Also wenn ich dann die Basis... Also wenn ich dann die Basis... Bist du mal einer selben Flügelmotte zu ihrem Nest gefolgt? In der Nähe ist eins. Also rüber. Ja. Ich habe Johnny im Stream. Ich sehe ihn in meinen... meinen Zuschauer. Ich weiß nicht, ob er antwortet, ob er mich überhaupt gehört hat. Ah, hi, Loris. Wie geht's? Wie steht's? Wie geht es da? Danke für den Lurk, Johnny. Ich wusste, dass du da bist. Alles gut. Du hast mir ja geschrieben. Gehört, halt. Mach ich ja gut. Ja. Alles gut. Alles gut. Wochenende halt, ne? Ah, hi, Loris. Wie geht's? Steht's? Wie geht es da? Hi, Fabio. Wie geht es dir? Danke für den Lurk, Johnny. Ich wusste, dass du da bist. Aber es ist dein Name. Entschuldigung. Wenn ihr wollt, ich bin auch auf TikTok live. Könnt ihr mir da ein Follow oder so da lassen. Echt? Hat's nicht gezeigt? Danke. Warte, es kann sein, dass mein Programm... Warte, es ist gut, dass du es mir sagst. Ich locke mich nochmal ein. Weil ich glaube, ich habe ein Problem mit dem Programm. So, jetzt müssen meine Allerz... Aber danke, danke, danke für dein Abo. Ich küsse dein Herz. Okay, sie müssten aber jetzt alle wieder aktiv... So nervig, ne? Danke. Strong Bean hat mich abonniert, Leute. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Und deswegen sage ich ihm vielen, vielen lieben Dank. Oh, ich muss mich kurz auf die Dinge ins Konzentrum. Pssst. Ja... Johannes! Bringt es was, wenn ich den da hinten zu... Wer... Renn ich gegen die Blume. Bringt es was, wenn ich den zuerst wegfetze? 1, 2, 3, 4, 5... Ich muss dich fetzt, die Größen einfach weg, ne? Sag mir, was du hören willst, und ich sag es dir. Was war das denn gerade bitte für ein Glück? Oh mein Gott, ein Schuss, und der war weg. Und das geht. Ja, was weißt du... Du, du... du brauchst mich stolzern. Aber warum verprasse ich... meine guten... Dinger? du dummen da so machen hier muss du dummen pigeon du dummen handelst du dummen masha Haben dich jetzt alle gesehen? Scheiße. Wo ist dein Köpfchen? Mann, das macht doch viel zu viel. Ich werde so krepieren. Nein. Krepieren. Ich krepieren, seht ihr? Seht ihr? Ich habe gesagt, ich werde krepieren. Beppo hat gesagt, ich kriege das hin. Beppo meinte, ich kriege das hin. Danke, Beppo. Ich habe es nicht hingekriegt. Ich mache es jetzt nochmal. Dieses Mal ein bisschen füchsiger. Mit der Pumpe, Mann. Ja, ja, das war eigentlich mein Ziel. Hey, das habt ihr doch gar nichts gehört, Mann. Wieso nimmst du nicht den schweren Bogen? Nein. Ich habe doch den schweren Bogen, aber nicht für sie. Für die kleinen Penner will ich das nicht opfern. Ich will meine Muni nicht opfern. Du hast doch mehr als genug Holz. Ich würde mein Holz... Ich habe aber kein Holz. Alter, einfach so in der Pause abgeknallt. Nee, du musst dich gar nicht aufregen. Das ist doch alles gut. Jetzt wollte der sich schon aufregen. Man muss sich nicht aufregen. Wie die mich halt immer am meisten... icken, sind die Menschen. Ich mache mal die Kisten auf. Ich manipuliere hier frisch und fröhlich. Er ist ein Mensch irgendwo. Ich schlachte Tiere ab. Wir haben... Du bist der Letzte. Was willst du schaffen? Wer bist du überhaupt der Baumeister? Wie komme ich denn da hoch? Es geht nichts über die Klänge des Waldes, um den Kopf zu beruhigen. Wie komme ich da hoch? Neue Hose. Die Leute, die sind ja eh alle tot. Versuche zumindest zu kochen. Alle weggenatzt. Wie bist du da hochgekommen? Wo? Oh, da muss ich da gar nicht hoch. Da hinten. Hallo. Ich muss da streamen. Wie geht's? Wie geht's? Er lebt mega los bei mir. Ich habe ja Leute heute hier, die ich schon so lange nicht mehr gehört habe. Ganz gut, ganz gut. Wochenende. Kann man sich nicht beklagen. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Stimmt. Ist halt immer einfacher gesagt. Nein, total. Aber ich weiß. Aber ich habe die letzte Zeit öfters gestreamt. Du warst nur halt nie da. Oh Mann. Voll Anfänger hier runter zu plumpsen. Scheint dieses Tier ist neugierig auf den Sargentum. Und ich fall sofort radikal nochmal runter. Ich nehme einfach mal das. Oha. Oha, oha. Uhra. Nein. Nein, die Zuschauer sind nie schuld. Niemals. Niemals sind die Zuschauer schuld. Hast es geschafft. Ja. Oha. Uhu. Oha. Schon dick ist der Bufenhalle. Ist schon Haferflocken. Ist schon Chipsen. Ist schon Donuts. Ist er mit seinen Haferflocken. So. Also. Ich nehme das. Bin aber auch durch. Bin aber auch durch. Ja, kann ich verstehen. War bei mir nicht besser. War bei mir nicht besser. Liftet euch fort. Wäre ja dann so schlimm. Ich hatte auch überlegt heute Fortnite zu spielen. Aber. Nee. Das habe ich gesucht. So. So, 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 so. Kim, nimm dir auch einen gelben. Dann können wir mal einen 24 Stunden ins Team machen. Äh. Ich habe Urlaub übernächste Woche, Mann. Dann hast du verlängert den Urlaub. Ah, Quatsch. Für meinen Geburtstag. Am 25. Am 25. Ah, nee. Dann gehst du wieder arbeiten, Beppo. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Dürfen sie das so, so, so. Beppo, Beppo darf alles. Ja. Ja, aber ich verstehe das mit dem, dem Stress und so. Bei mir war es auch nicht gerade wunderbärig. Die letzte Zeit. Ich mache jetzt ein bisschen Lärm. Oh. Ein bisschen. Ja, ja. Komm, Jodo. Boxt dich weg. Der hat mich jetzt von hinten geboxt, ne? Boxt dich auch noch weg. So, das war's schon. Ich habe die alle geboxt. Ich habe einen Jobwechsel vorbeifest. Ach so, okay. Aber jetzt läuft alles gut. Alles palettiv. Also ein Jobwechsel ist nicht einfach, ne? Das ist echt Stress pur. Fühl dich mit dir. Hier waren auch Kisten. Wo sind denn die Kisten? Ah, da sind die Kisten. Ja, ja. Nicht stehen. Der ist kaputt, ne? Der ist kaputt. Ja, der ist kaputt. So, okay. Das heißt, hier haben wir alles gemacht. Da sind Tierchen. Äh, das haben wir erobert. Jetzt werden wir uns noch hier den Arsch aufreißen lassen. Den Poppes aufreißen lassen. Entschuldigung. Das ist gut. Das freut mich für dich. Zu viel Stress ist auch ein für ungesund. Deswegen. Ich kann dir ein Lied davon singen. So, das hat geklappt. Wir stressen uns über so viele Sachen. Ich rede auch von mir. Das bringt gar nichts. Hab auch Jahresende und ich will... Ja. Kann ich verstehen. Wir haben so viel Verspätung in unserer Arbeit. Oh. Ich mach mir gar nichts mehr draus. Weil... Es hat halt einfach gar keinen Sinn. Ich mach mich so müde, während andere Leute einfach so, ähm... Easy life. Easy, ne? Take it easy. Und die scheißen auf alles. Und dann ist es echt nicht an mir, ihre Arbeit zu machen, wisst ihr? Wisst ihr, wie ich schmäne? Deswegen... Tut mir leid, Bruder. Tut mir leid. Wo war das denn jetzt? Kein sauberer Kill, Mann. Ich hab den doch echt gut gemacht. Das war ein richtig butterweischer Kill. Nein, jetzt gelässt mich nicht mit dem Namen. Moment, ja. Die neue erkannte und freu mich mir heute im Sommer. Nordafrika? Was machst du denn in Nordafrika? Geht halt schlecht bei mir. Ja, ja. Ihr habt Ende des Jahres, wo ich kriege. Okay. Bei mir ist es eine Versicherung. Da ist immer... Immer viel zu tun. Die Leute bauen immer Unfälle. Leck mich fett. Was für ein Level ist die? Abgeschoben werden. Dann wirst du nach Nordafrika abgeschoben? Hast du diese Basis ganz alleine gemacht, Peppa? Mit dem Film hätte ich sie machen sollen. Ich weiß... Du hast ja noch andere Freunde, ne? Aber keiner, der das Spiel spielt. Außer du. Level 12. Ne, mein erstes... Ach so. Oh echt cool. In Nord... Nordafrika. Wo denn genau? Also welchen... Jetzt... Du sollst mir jetzt sicher Adresse nennen, aber... voll cool. Voll cool. Voll cool. Voll cool. Das heißt, du hast auch da gelebt? Das ist doch voll interessant. Das ist ja mega interessant. Das ist ja mega interessant. Ja, hier lernt man viele Menschen von verschiedenen Kulturen kennen. In Navi essen keine Menschen. Und? Findest du es besser? Du lügst. Du wirst gar nicht angegriffen. Nein! Ah, jetzt ruft er Hilfe. Nein! Nein! Bruder! Ach man, du blöder Hund. Guck dir an, wie schnell du stirbst. Ich geh so einfach mit der Pumpe durch. Ah! Hilfe! Nein, die haben Hilfe gerufen! Oh! 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 Muss ich nachladen! Oh! Wie bei Call of Duty! Leckt mich fett, wie viele jetzt kommen. Ich haß es, Menschen. die machen den meisten schaden und sterben nicht lauf doch nicht weg lauf nicht weg es hat keinen sinn ich weiß auch dass du hier bist warte ich antworte die sofort lasse mich nur die base kurz zerstören hallo kleiner stern wie geht's dir ach so hübsch ist meine stimme nicht aber danke ich lese ja ich mache alles kaputt danach lese ich alles was sie schreibt ich bin daran vorbeigelaufen mann ich gehe einfach durch das elektro geschickt bin einfach fast gestorben jetzt deswegen boom boom so wo ist das nächste da nachladen es wird hier es werden köpfe hier fallen da da kommt die sadistische seite nicht so nah nicht so nah kemali sind immer die menschen die mich ficken man wow 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 danke für die gaben er ist dahinten ok was habt ihr geschrieben das kann ich mir vorstellen dass es da eine ganz andere welt ist wir bei uns was haben sie mitgenommen das ist alles zu haben sie mitgenommen das ist alles zu eine kiste ist zu offen sie haben alles mitgenommen das labert die ein weberschauen ein weberschauen ich habe mir gerade voll das köpfchen angestoßen warte Okay. ja gab ihn nur er kann halt nicht viel reden weil sonst hört man das in den streams okay danke für den lockt mich dann kannst du da warst ja ich sehe das halt auch von leuten die urlaub da machen ja wie du sagst sie sitzen da in ihren all inclusive hotels und haben eigentlich gar keinen plan wie das richtige leben so ok ich sehe eine kiste geht jetzt die ganze basis ja dann gehe ich auch immer zurück er stimmt nicht ich stimme gabi aber wir sitzen so nah aneinander dass wenn er laut redet hat man jedes einzelne wort an ihrem stream und das kommt ein bisschen doof rüber ja du darfst reden er kann ja auch mit dir reden war eben leise ich stelle mein micro einfach leiser und ich rede lauter das geht auch ich weiß nicht wo wir über diskorde wo miteinander redet das ist wie ihr wollt wie ihr wollt so ich habe das gefunden was ich finden wollte ja nee das ist nicht stört das würde jeden stören bei gronne kannst du ja auch nicht pandoria am hintergrund reden die ist gefesselt und geknebelt direkt ich habe da eine eigene küche und einmal läuft da dann gucken wir mal das klingt echt gut klingt echt gut danke für den lockt was ist das für eine base ah es klingt echt gut da muss ich sagen also tik tok verwirrt mich manchmal hast du echt viele leute drin und dann hast du nicht einen drin es verwirrt mich ja geht schnell na das verwirrt tik tok verwirrt mich aber danke für all die lachs leute ich bin mir echt froh wenn da wieder so ein panda twitch tv stehen würde irgendwann alter die haben mich gesehen töte sie nein 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 ich war dumm die haben raketen ich habe keine kapseln mehr alles ist verpestet man die tiere kripp hier was sind denn kurzvideos beppo auf twitch kurzvideos sind schwarz aber das steht echt oft ist beigetreten durch deine kurzvideos und dann wieder weg ich muss ich muss ein echt langweiliger mensch sein das bei mir so eine halbe sekunde zeit gibt ich brauche nur die kapseln danach können wir sofort wieder gehen warum komme ich nicht auf mein vogel ach ja ok 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 versuchen wir nochmal es ist aber echt krass wie du siehst wie viele leute da beitreten und sofort wieder rausgehen brutal 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 also wo ist die basis weil ich habe keinen bock in der basis sofort wieder abgeknallt zu werden Passierte das auch manchmal, dass du runterkletterst von deinem Ekran, damit du nicht erwischt wirst und dann fliegt die dumme Nuss in die Base rein? Ja. Feier ich ja komplett, wie man so dumm sein kann. Hi Phil, auch wenn du nicht schreibst, ich weiß, dass du da bist. Alle meine guten Lurker. So, Kapuze richten und dann legen wir diese Basis hier flach von Level 12 und wir sind Level 14. Das ist gut, dass du so denkst, Gabi. Das ist gut. So soll man auch denken, glaube ich. Okay. Ach Gabi, wie gesagt, wenn ihr TikTok habt, ich bin auch gerade auf TikTok live. Falls es jemanden interessiert. Ich muss noch einen Moment. Ich kann halt auch nichts mehr mit Kevin zucken. Oh, okay. Ich sag Kevin Bescheid. Das ist so clever, hier reinzuwüpfen. Immer. Aber hast du ihm geschrieben? Ja, er ist gerade in der Runde. Also er rührt sich nicht. Er ist gerade in der Runde. Er ist jetzt gerade fertig mit seiner Runde. Boah Bippo, ich weiß nicht, ob das so gut ist, was ich hier gemacht habe. Ja. Ach, einfach rein und alles tritt. Hm. Oh mein Gott, ich habe ihn fast nicht getroffen. TikTok hat schlimmes Suchtpotenzial. Sagt man das so? Ja. Aber wir können halt eventuell Kunden da anziehen. Nein. Töte ihn. Nein. Töte ihn. Alles gut. Ich mag das eh nicht, hier so reinzukommen, so leise. Ich brauche Lärm. Jolo. Du wirst keine Hilfe rufen. Oh mein, er hat mich, er hat mich, er hat mich, er hat mich, er hat mich. Wo bist du, du Penner? Das sieht mir nach einem Geschütz aus. Irgendwas boxt mich da immer. Bist du das, du Penner? Wer hat Hilfe gerufen? Wo? Kommt hierher und stirbt. Du bist kein Mann. Du bist ein Lappen. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Ich will mich verstecken. Ich werde sterben. Ich will nur, dass mein Ding in sich hochlädt. Ja, kommt alle zu mir. Gute Nacht, kleiner Stern. Schlaf gut. Wo denn? Mann! Leg dich hin! Oh Mann, ich schlafe... Ich schieße 26. Ich schlafe... Ich weiß es nicht. Ich weiß das nicht. Das macht mich ein bisschen aggressiv. Muss ich den ganzen Scheiß von vorne machen? Oh mein... Ja, halt die Backe, Mann. Ich war so weit. Ah, du Jod. Ja, aber weißt du, ihr könnt mich mal alle so kreuzweise lecken. Foi, 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 foi. Lauf, Kimmali, lauf. Ich bin kein Mistvieh, Entschuldigung. Du sterbst. Ich sterb so brutal gerade hier. Schlimmer als Fortnite. Du musst dich mehr bewegen. Oh mein Gott, ich hab kein Leben mehr. Ich hab nicht aufgepasst. Ach, Beto. Mehr Bewegung. Nein, das funktioniert nicht mehr. Das funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Okay, nochmal. Nochmal, wir ficken das jetzt, Leute. Okay. Ja, halt die Backe, Mann. Ich bin da viel zu obviously reingerusht. So, jetzt hab ich ihm das Köpfchen weggemacht. Okay, okay, okay. Er sagt, ich bin dumm. Ich bin nicht dumm. Die Bestien überschwemmen das Gebiet. Ich muss alle töten. Boah, komm her. Füßchen. Nein. Du hast mich nicht gesehen. Du denkst nur, du hast mich gesehen. Aber in Wirklichkeit hast du mich nicht gesehen. Das war Mario, nur. Er ist verwirrt. Er ist verwirrt. Kann ich das irgendwie kaputt machen? Das war sehr dumm. Halt doch den Mund. Nein, du rufst. Nein. Ich bin blind. Ich sag, das ist schlimmer als die Blindgranaten bei Call of Duty. Wo ist denn diese Scheiße jetzt? Bin, glaub ich, am falschen Ding. Eins kaputt. Eins kaputt. Eins kaputt. Ich muss, der ist riesengroß. Man muss sich da hoch. evaluieren. Öff! Damit ist er kein Problem. Er kennt nichts. Wie ist da? Entschuldigung Leute, ich bin gerade ein bisschen kontrastiert. Halt die Backe! Halt die Backe! Mann, das kann doch gar nicht sein! Wo hast du mich denn gehört? Nein! Du rufst sicher keine Verstärkung! Halt doch die Backe und stirb! Danke für die Gaben! Das Spiel erweckt Aggression in mir, wo ich nicht wusste, dass ich sie habe. Noch eine. So. Und die andere ist wo? Da unten. Okay. Kommen wir da hin? Kommen wir da hin? Mit einem fetten... Ich kann jetzt auch einen auf Geronimo machen. Geronimo! 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 Na ja, das mache ich ja auch immer mit Beppo. Nee. Nein! Ich habe ihn einfach weggebuchst. Oh nein, oh nein, oh nein! Ich bin verwirrt, 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 verwirrt. Ach, da bist du. Warte, warte, gib mir einen Moment. Danke. Hat er jetzt Unterstützung angefordert? Ich glaube, ich habe ihn kaputtgeschlagen, als er das gemacht hat. Jetzt müsste ich eigentlich durch sein, oder? Ja. Pew, 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 pew! Du. 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 Keine. Na, ich war auch gar nicht, gar nicht lauun. Echt? Anscheinend war ich leise, Beppe. Ich bin Geronimo-mäßig da raufgesprungen. Ich habe sogar noch Geronimo gerufen. Aber anscheinend war ich, war ich leise. Boah, ich bin so zu dumm für diese Dinger hier. Nee, 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 nee. Ich habe eine Waffe bekommen. Ich habe eine Waffe bekommen. Ich bekomme gerne eine Waffe. Eine wunderhübsche Waffe. Wo ist denn hier das Problem? Die machen mich alle nur schlechter. Nee, mache höher. Ich mache das Schlechtere drauf. Und hier ist die Waffe besser? Nein, die ist schlechter. Aber hier habe ich was Schlechteres drauf. Was habe ich denn da drauf? Wegen dem Motte oder was? Macht aber gar keinen Unterschied. Guck mal, dass der Level dann Loot gibt. Ja, mir geht mal Level dann Loot. Und läuft selbisch. Du weißt, dass der Gnom-Zahn ist. So, die habe ich dann auch. Jetzt ist keine mehr da. Ich schlag immer mein Köpfchen an. Okay, okay, okay. Muni geklaut. Das geklaut. Stöckchen geklaut. Dann geht Okay, okay, okay. Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Okay, haben wir es jetzt verstanden? Okay. So, das war jetzt Beppo. Oh, da ist ja noch ein Turm, Beppo. Hast du den auch schon gemacht? Ja. Boah, was sind da überall Dürre da? Ganz links sogar. Machen wir das, machen wir das. Ich schlachte wieder Tiere, ne? Danke für die Gaben. Ja, ich mache das nicht gerne. Ich mache das nicht gerne. So. Oh, ich nutze mich ein bisschen anders hin. Meine Po tut weh. Ja, da mache ich diesen Turm auch, ne? Hier ist ja noch eine Base, man, Level 12. Boah, ey, jetzt fängt es aber an nervig zu werden, langsam. Eine nach der anderen. Die Güse, ja. Ey, wie viele kommen denn noch? Hi, Blackie, wie geht's dir? Wenn ich schon sehe, Moinsenbob, weiß ich, wer es ist. Ich habe mir letztens überlegt, extra für dich so ein Minion-Ding ins zu kaufen. Oh, komm. Alter, das Spiel blockiert? Komm, amai, amai. Geht's runter? Ja, mir geht's auch ganz gut. Bin gerade verwirrt. Ich weiß nicht, wo auf mich geschossen wird. Ich glaube, das ist so ein kleiner, dreckiger Mensch. So. Puh! Nun kann die Natur heilen. Oh, zwei Skill-Punkte. Okay. Okay. Ja, ich guck. Ich fahre in zwei Wochen in Primark und ich gucke, ob sie da einen haben. So, 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 so. Jetzt habe ich keine Kapseln mehr, bestimmt. Wegen diesen Dullis. Gibt's hier irgendwo Wasser? Komm, amai. Nicht viel Zeit wegen Aberlock, Leute. Danke, danke. Viel Spaß in deinem Wochenende. Bitte sag, was mehr da jetzt weggeht und dass wir keinen Streit kriegen. Ich habe echt keinen Bock, den jetzt zu töten. Nein, der geht weg. Wo ist denn dieses Dorf jetzt? Warte. Extra für dich? Oh, es hat sogar geknackt mit meinem Rücken. Warte. Warte. Extra für dich. Wo sind die denn? Ah, hier. Nein. Oh, die sind ja genau einen Zentimeter neben der Base. Da werden sie auch nicht gesehen. Es ist fast seit Essen zu machen, während man nicht gefangen. Niemand hier damit mir reden will? Ne? Eine Blätterdachwurzel. Zuerst klau ich mal alles. Wir müssen was essen. Nein. Nein, immer noch nicht. Okay. Bleib da. Entschuldigung. Ich bin ganz falsch. Ich muss da hin. Ich bin so dumm. Ich renne einfach wie so ein Duli in die falsche Richtung. Ich sag noch so dumm, hä? Die sind ja voll nah an der Base dran. Ja, die Base ist kaputt. Ich bin so dumm. Dabei war ich gerade noch hier. Ich bin nur im Kreis gelaufen. Oh mein Gott. Orientierungssinn gleich null. Weniger als null. Und schon wieder. Falsche Richtung. Bin ich jetzt richtig? Ich glaube schon, oder? So. Bin ich da vorhin vorbeigelaufen? Sowas darf doch nicht passieren. Kommt vor. Ah, da. Der Turm war zu groß. Ich habe ihn übersehen. Danke für die Gaben. YOLO Leute. YOLO. Ich bin Levelisten. Man, hier sind ja echt viele Menschen. Ich höre auch. Oh mein Gott. Jetzt schießt die ganze Base auf mich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. BÄM. Hier bei Fortnite. Hüpfen und laufen. Hüpfen und laufen. Hüpfen und laufen. Mann, hör doch auf. Ich muss doch aufschießen. Geht er mich hier so brutal dekonzentrieren. Kein Respekt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, hier. Oh mein Gott. Je ne las weiß das. Z dwelling im dritten. A furcht er sich. Und du hast doch etwas värder. Jüler? Geht doch. So, die haben wir auch zerstört. Neue Stöckchen. Nehme ich auch mit. Wo ist denn diese kleine gelbe Kiste? Kleine gelbe Kiste. Ah, hier. Ja, es ist große Kisten. Kleine gelbe Kiste. Ah, da. Ich dachte schon, die hätte sich versteckt vor mir. Okay, ähm. Charakter. Dann nehmen wir das sofort. So, okay. Gibt es hier sonst noch eine Base? Noch eine 26? Oh mein, hier ist hier noch eine Base. Was ist das hier? Die Ecke der Basen? Oder wie? Welcher Idiot kam auf die Idee, wie jetzt 50 Basen nebeneinander zu bauen. Wie bringt denn das? Oups. Ich brauche Strom, Strom. Ich brauche Strom, Strom. Wer ist denn? Ah, hier. Ich verstehe nicht, wie man ihn hinterhert. Was, hast du es jetzt gleich? Endlich, man. Uff. Uff. Oh, my, oh, my, oh, my. Uff. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Ich habe keine nächste Fäule. Was ist wirklich gut zu tun? Ich weiß nicht, wie ich stehe. Wenn ich so laufen kann kein Fäule mehr. Also Beppe, wo sehe ich jetzt, was besser ist? Ach hier, vergleichen, okay. Ja, aber du sagst, dass hier um Fäule von einem vollen Ruf geht bei dem Level. Okay, hier sind alle schlechter. Ja, alle schlechter, okay. Äh, schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht. Ich habe halt mehr krasse YOLO Sachen. Ja, ne? Kann man jetzt nicht so viel machen, ne? Noch eine Base. Ja, natürlich noch eine Base. Was? Denke ich denn, dass hier keine Base mehr wäre? Eine solide, hohe Fäule. Ist ja die Ecke der Basen. Und doch fühle ich... Ich fühle... Wärme, wie viele unserer Leute sind unter diesen Steinbögen hindurchgezogen. War es vielleicht ein Treffpunkt für Freunde? Es wirkt seltsam einladend. Selbst nach Generationen steht es noch. Hä? Als ob es mich zu Hause willkommen heißen möchte. Hä, Beppo, wenn ich auf die Base gehe, die wir zusammen zerstört haben, steht da, als wäre sie noch aktiv. Aber dann lese ich, was da steht, und da steht eine zerstörte ADA-Basis. Sie verursacht keine Verschnitzung mehr. Aber sie sieht voll aktiv aus. Komisch. Ich glaube, ich habe jetzt bald alle Bessen. Oder nicht? Du musst dann auch probieren. Ja. In der Prärie haben wir auch noch welche. Die habe ich noch nicht gemacht. Ja, ich habe die hier noch. Level 12. Und dann habe ich dann alle. Hier in der Ecke habe ich dann alle, glaube ich, weil... Also hier sind ja wirklich hunderttausend Basen. Und auf zwei Zentimeter näher. Was soll dieser Unruhe? Wollen sie jetzt den Navi einfacher machen? Boah, kommen wir auch ins Wasser? Oder ist das gesperrt? Ich dachte, du kannst dahinter gehen. Echt? Ich dachte, es wäre gesperrt. Du hast eine Base. Was? Ja, ich sehe sie. Scheiße. Noch eine. Oh mein Gott. Boah, ey. Das Einzige, was du in dem Spiel hier machst, sind diese Base zu abfacken, wa? Da kann ich keine Schnellreise machen. Was wären eines Falls? Alter, wären eine... Ja, das Spiel ist auch von den Machern von Far Cry gemacht. Oh, wie so oft. Sind die selben. Ja. Genau wie Far Cry. Ich habe Far Cry eine Zeit lang gespielt, aber Far Cry hat mir halt echt nicht so viel Spaß gemacht. Keine Ahnung warum. Ich bin da eher so hier hängen geblieben. Ja. Wo ist denn dieser Dulli? Ah, da. Ja. Hi. Dimmts. cute. Ja. auf dich Pixel auf dich Jonny Pixel what the fuck Jonny Ja! Jetzt guck ich wo das ist, am Arsch der Map wetten war. Ah ne, oh. Eke, warum ist denn jetzt ein Glockenzweig hier oben? Auf den Ekrandingern da. Aber, also hier machst du ein Ding und dann kommen 26.000 Dinge dazu. Ah, ich mach zuerst das hier. Ähm, die verliest die Wendel. Spirale, sie haben den noch. Na, 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 na. Na, 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 na. Ba, 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 ba. Na, 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 na. Komm, wir laufen mal dahin. 800 Meter. Queer einfällt durch den Wald. Ah. Was bist du? Ich hasse es, diese zu erschießen. Schieße ab. Nein, die sehen alle aus wie mein Hund. Es ist so schwer, diese Dinger zu erschießen für mich. Die sehen halt echt alle aus wie mein Hund. Die sehen halt echt alle aus wie mein Hund. Das war ein Jungtier. Oh. Oh. Das müssen die mich auch immer angreifen. Ich check's nicht. Geht doch einfach. Geht doch mit, mit Gott. Geht. Die wollen sterben. Ja, nein. Es tut mir so weh, wenn ich die dann... Und die sehen alle so aus wie mein Hund. Geht doch alle eure Wege. Ich geh meinen Weg, ihr geht euren Weg. So schrecklich. Ich mag das auch gar nicht, die Tiere hier zu schlachten für die Materialien. Du tötest sie alle. Nein, aber ich mag das gar nicht. Aber die greifen sich halt alle an. Die fucken sich halt alle übels ab. Du meinst echt, die wollen sterben. Die wollen auch sterben. Die wollen auch sterben. Das geht einem so auf die Nerven. Ich hör's hier schon schreien. Ja, ja, ja. Töte mich. Töte mich. Ja, aber echt. Und immer diese großen Büffel da. Was ist das für ein Dreck. Weißt du, du chillst da so mega krass vorbei. Du denkst dir nix böses. Und dann buckt er dich von der Seite 20 Kilometer durch die Luft. Guck jetzt schon wieder. Vergeh doch einfach weg. Hier mit Gott oder mit Ewa. Ich sort das selbe im Grün. Sie sind blau. Ja, du... Ach, Peppu. Dein Ernst jetzt. Ja. Die sollen einfach abbauen. Ich versteh TikTok immer noch nicht. Das ADE versteckt. Dein Ernst? Das ist okay. Das versteckt. Das ist eine Müllhalde. Ja. Die ADE Müllhalde. Ja. Die ADE Müllhalde. Die ADE Müllhalde. Ja. Die ADE Müllhalde. 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 die nerven ja bruder du wolltest sterben ich hasse es diese fischer zu töten er verdient dass er tot tot und ich sag die suchen alle den selbst die beten dass das noch so ein schweinchen jetzt oder geht es weg ich weiß nicht ob er jetzt doch zu viele sind noch hier aber ich glaube sie braucht ich halte das dicke schweinchen lässt mich jetzt nicht immer was er jetzt zurückgekommen will er echt so gern sterben er will echt sterben ich suche sachen und er stört stellt er mich denn hier so dieser warum kann ich dieses ding ist hier nicht nicht machen jetzt habe ich es habe ich diesen dummen vor musste knochen ja das habe ich jetzt auch verstanden jetzt wo ich zehn minuten darum gewackelt bin das spiele ich ihn jetzt das beste ist röhre ärger auf und ihr wird kein löffel bleiben okay cool was muss ich jetzt machen die suche um herauszufinden man das ist ding ist hast du die quest schon gemacht der verborgene schatz ich glaube nicht ich glaube nicht ich glaube ich bin auch zu dumm dafür ich glaube ich bin zu dumm dafür ich glaube ich bin zu dumm dafür habt ihr kein lager hier ne scheiß Opfer ist es so ich bin ich bin gerade ich glaube ich stehe über krass auf der leitung oder ich bin für dumm aber das ist es nicht weiter wenn jetzt wieder so ein schwein kommt ich nicht verstehen ich nicht verstehen muss ich leider ein bisschen weiter weg nein ich bin doof das war nicht mit dieser kiste zu tun oh mein gott ist mit der kiste zu tun ich bin so dumm ich bin so dumm ich bin so dumm danke für die gaben ich bin so dumm ich bin so dumm 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 du hast recht ich bin echt dumm ich bin einfach nur dumm dass ich da jetzt wie lange um rumgelaufen und egal wie dumm kann man sein wie dumm kann man sein wie dumm kann man sein so dumm wie ich wie dumm kann man sein so dumm wie ich oh gott bin ich müde wo sind denn diese diese beiden clowns nein ich habe keinen hamster ich hatte noch nie einen hamster in meinem leben ich habe nie gehabt Höhöhöhöhöh! Ich weiß auch keine Ahnung. Ich weiß schon gar nicht, wie die Punkte da oben sind. Jetzt sind doch sogar die Fäden. Was ist das schon? Loris, du spielst doch kein Fortnite. Ich habe gerade gesehen, dass du Call of Duty spielst. Es sind einfach neun, neun Skillpunkte. Ich habe gesammelt. Müsst du benutzen. Ah, ich habe gesammelt. Ah, ich sehe schon. Ich merke mich. Und dann gehst du zu Call of Duty und dann lässt du dich da fisten. Ich will nur sein, aber okay. Okay, das habe ich jetzt gemacht. Dann gehe ich da zu den Glocken. Ne, ich gehe jetzt zum Glockenzeuge. Ich will mich fixe für die Basis hin. Dann gehe ich zu den Schiffen. weiter was wie viel ist die base zwölf das hat mich halt immer nervt an den basen du kommst nirgendwo rein mal für die scheiß türen auf ich muss mir mal voll den weg suchen nett ja das hier wird wieder spaß und freude oh mein gott Gott sei dank habe ich nicht geschossen mir geht das nicht gerade ein Glanzlicht so den punkt hat man Oh, diese Besen gehen mir echt auf den Eierstock. Ja, wir haben es verstanden, Mann. Du hast es jetzt schon hundertmal gemacht. Da ist noch einer, oder? Nein, wir haben ja noch nicht alle guten Bässe gefunden. Hm, hör auf. Bis die das halt auch nicht mitkriegen, ne? Oh, das war YOLO. Das war YOLO. Das war YOLO. Wo muss ich denn hin? Das war nicht der Schulte, die Schulte. Alter, ich bin gegen die Fenster, das Fenster geklatscht wie eine Mücke. Ja, das ist schon ruhig sein Kopfschmuck, wenn man ihn nicht gerade fand. Nein! Nein! Das ist gestört, wenn wir... Fuck you! Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Niemand ruft hier Hilfe. Schließen. Niemand ruft hier Hilfe. Reiß drauf. Ein zweieinhalbes Leben hier gerade abgebüßt. Wo ist das andere Dingens da? Na, dann mach doch. Dann überprüft mal. Und der nächste Baum gefunden. Geil. Wie können die das nicht gehört haben? Ich hab hier voll Lärm gemacht. Und die haben das einfach gar nicht gehört. Ist mir egal. Oha, ihr habt mich jetzt... Jetzt habt ihr mich gehört? Jetzt? Du rufst keine Hilfe. Ist das wieder ein Läufer? Egal, egal, egal. Ich elektrisiere mich. Komm! Nein! Zieh an, zieh an! Keine Hilfe, Riffen. Keine Hilfe. Boah, ich glaub, ich hab überlebt gerade mit so zwei Prozent Leben. Und... Oha, ich glaube, ich hab hier ein kleines Band-Event. Okay, da bin ich schon zu. Oha, das ist gar nicht? Oha, das ist für uns ein kleines Band-Event. Und dann hab ich's nicht gemacht. Aber dieses Mal war ich still. Aber ich war still. Nur zum Schluss habe ich Geronimo gemacht. Ich finde einfach nix, was besser ist. Nix. Nix, die Nix. Okay, merci, dir auch. Merci, dass du warst. Autsch. Ich muss mir immer den Kopf anschlagen. Es ist anstrengend, Beppo, es ist anstrengend. Es ist anstrengend, die scheiß Bäume hier zu sammeln. Gibt's noch ne Base irgendwo? Ich weiß nicht, wie viele Bases ich einfach hier weggerafft habe heute. Ich glaube, hier ist noch eine. Leck mich fett. Oder was ist das? Ich sehe es nicht. Das Licht fällt nicht gut. Uh, mein Handy ist fast gefallen. Ich glaube, ich habe fast jede Base. Wie kompliziert. Kann es losgehen. So, jetzt suche ich auch Bäume, Beppo. Können wir zusammen bauen müssen. Ich bin fast fertig. 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 Was steht denn der Baum hier irgendwo? Auf einer Anhörung? ist ihm was passiert war der hier bei sie der ich werde nach ihm suchen ich glaube ich habe so schnellen baum gefunden das hier war wirklich so auf dem stein so der ist weg der ist weg das bedeutet momentan habe ich alles gefunden was an punkte sind ja ich habe noch mehr als genug ich suche auch nicht der reihe nach ist so durcheinander also all diese drucken bäume die mutten die bäume ich habe nur jede basis die ich jetzt kaputt gemacht habe muss ich ja jetzt wieder zurück die glockenbäume sind gut die glockenbäume in den basen ist sind einfach zufrieden ja müssen halt immer das dahin rennen und zurück rennen du hast die kran und dann geht schneller meinst du habe ich immer auch gleich auf und geschlafen morgen wird wieder früh aufgestanden kevin arbeitet am sams am sonntag schon wieder es ist aber jetzt das letzte mal weil normalerweise am montag müssen sie an der neuen stelle anfangen es fängt halt ein bisschen an zu nerven aber sowieso ist ja samstags jetzt nicht sonntags jetzt nichts mehr auf ne so wie ich das weiß ich glaube das war nur letzte woche wo sonntag auf war wegen des den sold ja genau also ich glaube jetzt ist wieder alles zu sowieso sonntags kannst du eh nix machen doch ganz ohne kaktus mache ich nur hier will mit zu kaufen ich wusste uns vom tiergeschäft und das ist sonntags zu diese doofen bekloppten bäume einfach wo ist denn noch einer hier oben ist einer einfach irgendwo im gebirge gespawnt man das für ein scheiß wo kommt denn der her okay das heißt die habe ich alle die habe ich alle die habe ich alle ich müsste jetzt auch hier ein glockenzweig haben ist das den ist da noch eine base ne aber hier sind auch noch glockendinger 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 was ist das da ist noch einer okay okay zuerst mache ich das hier alles jetzt muss ich fucking hoch fliegen mit amai ich wieder mein storm ja ich muss einfach in die luft hinaus das ist dieses jahr neuer avatar auskommt oder ich glaube ich gucke mir ungern filme im kino an wie sie sich ich sehe mich lieber es hat vielleicht nicht aber was noch sieht falsch aus Nein, nicht jetzt. Boah, hast du den Glockenbaum ganz oben auf dem Berg? Ja. Wo ist denn er? Der ist etwas tiefer, nicht ganz oben. Okay, warte, ich guck. Das ist normal, was die Insel drunter. Aber was noch? Die Insel drunter. Ich denke nicht. Da ist vielleicht später. Kann ich das eigentlich auch von Amai aus machen oder muss ich immer absteigen? Absteigen. Also, ich frage mich auf... Ah, Mann, da ist eine fucking Lücke und ich falle in die eine fucking Lücke rein. Sieht falsch aus. Ey, Quas, so ein unnötiger Schmutz. So nicht. Da war eine Lücke, Leute. Eine fucking Lücke. Jetzt muss ich mich hier in den Tod werfen. Amai rufen. Eigentlich einfach zu dumm bin, richtig zu landen. Jetzt hat die mir schon wieder etwas runtergeschmissen, habt ihr gesagt? Er hat sich hastig verarztet. So eine kleine Lücke. Das kann immer schön schief ausgehen. Ich bin auch schon mal mit der Fresse auf den Bäumen geklärt. Hier ist ja noch ein Glockenbäumen. Was ist denn das für ein Scheiß? Wo kommen die denn jetzt alle her? Die Glockenbäume, die uns nix bringen? Aber die bringen uns echt nix, Beppo, oder? Ich hab das Gefühl, dass die nix bringen. Das ist nur so, keine Ahnung, Deko? Wie bin ich denn so? Ja, mir kommt es echt so vor, als würden wir nur diese Scheiß-Dinger da sammeln. Zu sammeln. Die Spur endet hier. Vielleicht in einer Höhe. Halt ganz ruhig. Bin auf deiner Seite, denke ich. Mich nervt es halt, diese Scheiß-Däume zu finden. Die könnten ruhig ein bisschen blinken, oder so, weißt du? Hier bin ich. Oh, das ist mal eine schöne Musik. Ich bin so oder so glücklich, aber in dem Fall wäre ich doppelt glücklich. Keine Sorge. Alles gesichert. Super. Ich sag, Anka, sie soll Louis sofort abholen. Alle wollen ihn kennenlernen. Priya schickt jemanden, um dich zu holen. Ich glaube, Anka wird sich über einen weiteren Piloten freuen. Hier hast du eine Malerei. Und was das angeht. Ich habe nie gesagt, dass ich ein Pilot bin. Ich habe Priya nur meinen Plan geschildert. Boah, Beppo, hast du diese Totem-Dinger da verstanden? Und abgestürzt. Aber hey, nicht schlecht für meinen ersten Versuch. Stimmt schon. Du hast es überlebt. Also, ich habe ja nicht wirklich gelogen. Ich habe sie nur nie korrigiert. Ich dachte, einem Flieger würde sie eher helfen, als einem Blödmann mit Latrinen liegt. Hoffentlich vergibt sie mir, wenn sie die Fracht zieht. Ein bisschen kreis. Nun, Pilot oder nicht? Der Widerstand weiß, seine Hilfe zu schätzen. Ein kreis. Ich warte hier auf mein Taxi. An deiner Stelle würde ich alles nützlicher am Absturzort bergen, bevor die RDA zurückkommt. Die ist als Lohn für meine Rettung. Oh, wenn ich mir das halt zur Seite bin. Oh, das ist kein Ziel irgendwie. So, der Panorama gehört. Ich muss das mal den Toten durch verstehen. ja du musst die feuer nur gut sie nicht mehr du hast nicht du musst du musst du musst die feuer nur gut die meiste waren es wichtig wenn du aus nicht du hast keine noch mehr weg weil du bist nicht tot im grün hier das noch mal fällt du musst grüßen tourn mit denen feuer ich habe einen platz kommen wo ich die mod x dann den tot im grücken kannst du vermisst den feuer nur gut aber die feuer sind naja nicht immer ganz hundertprozentig als geschwiesen sollte sind so doof jetzt sehe ich keinen pfeil mehr mal hier erschießen wo du pfeil hast ich finde keinen fall mehr oh mein gott es ist echt scheiße gemacht da kann man sagen was man will das ist echt nicht gut gemacht sorry ist vielleicht meckern auf hohem niveau aber das finde ich ja echt beschissen dumm dann rennst du hier umher und du hast trotzdem keine ahnung wo dieses blöde bekloppte totem wo du das jetzt anpeilen musst werden wir oben 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 Ja, endlich. Toll. Wie wenn ich auf meine Ikran klettere. Hat so schön geprickelt in meine Bauchnabel. Hat so schön geprickelt in meine Bauchnabel. Er hat ja so beschwertig gemacht. Aber was sind die Movepunkten auf der Map? Die Movepunkte durch sie nach Schatz. Wo ich sie noch nicht hinzugefloppt habe. Was? Und das kann alles sein. Das kann Erbarmen sein. Das kann Schmuckse für den Ikran. Das kann einfach ein Totem sein. Oder auch ein Skillpunkt. Oh mein Gott, das ist ja mega viel. Oh mein Gott, das wusste ich ja gar nicht. Ich dachte mir nämlich, was sind diese Liederdingens noch? Okay. Okay. Ja. Und das Gedeppel ist auf der Quad nicht zugewiesen. Ich weiß auch, musst du noch mal. Und das wäre? Die versteckten Basissen. Was für eine versteckte Basis? Äh, vom Widerstand. Ah, die Dinger, die du immer musst malen, ja, ja. Ja, wo ist der Strom, musst du mal ausschalten. Wenn du gesagt hast, direkt auf der Map, weil das sind all die, äh, kleinen Häuser, die ist der Geseis auf der Map, äh, du musst dir all das hier verlieren. Die machen du nicht mehr, du musst du hin auf verlieren. Ja, ich habe die und ich da hinten gestanden. Ich, äh, das muss die Muffen-Dinger, weiß ich nicht. So, und jetzt suchen wir diesen Beklopptenbaum. Irgendwo in den Bergen suchen wir einen Beklopptenbaum. Oh. Hör doch auf, dich aufzuregen, hör auf, dich aufzuregen. Wo soll das sein? Also, das mit den Bäumen ist auch nicht so YOLO gemacht. Mir wird das höchst nicht gewundert bei Ubisoft. Die machen immer mega viel Collectibles. Ja, aber es wäre mir ja wurscht, wenn es was bringen würde, aber es bringt nichts. Das heißt, wenn ich jetzt zu diesem lila Punkt fliege, dann werde ich da irgendwas finden. Genau. Lecke Mio, was muss ich jetzt hochfliegen? Aber ich weiß nicht, was ich finde. Ja. Ja. Das kann alles sein. Glaub, ich bin richtig. Ja. Oh mein Gott, hier greift mich ja jeder Ekran an, der da ist. Was soll denn da sein? Nein. Ich komme ja nicht mal dahin, wenn die uns alle angreifen. Die sind richtig sauer. Alter, das steht da einfach so eine Sammlerin. So viele Fragen. Aber wo ist die Skill noch nicht freigeschaltet, dass die Röntgen nicht ergreifen? Keine Ahnung. Wer hat gerade ein Ekran denn? Wo? Was ist denn ein Ekran Ausrüstungskorb? Äh, da hat er das, äh, Kurfuß, ähm, Cosmetic Fins für deinen Ekran. Doch, ich habe das aber eingeschaltet, dass die mich nicht angreifen können. Aber die tun es trotzdem. Ich hoffe, ich habe noch nie von denen gegriffen. Okay. Ja. Die Frage ist halt, wie komme ich jetzt da hoch, weil die wollen mir ja alle sofort in den Arsch. Warum will mir auch immer jeder an den Arsch? Ich steck's nicht. Vielleicht haben die mich angegriffen, weil ich auf, äh, Dingens war. Ja. Auf Amai. Die können den Ekran nicht leiden. Kann sein, kann sein. Eventuell. Voll das Opfer, das schlägt. Ey, ich husch jetzt sehr schnell zu diesem Körbchen. Wenn ich das Körbchen finde. Ja. Mh, beim Blick gesehen ist das Körbchen wirklich. Ich hab da... Oh mein Gott, da war einer. Bitte tu mir nicht weh. Und das war jetzt der lila Punkt. Ja. Das kleine Scheißteil da. Das kleine Scheißteil da. Das kleine Scheißteil da war jetzt die Erfüllung von meinen Träumen. Das kleine Scheißteil. Da kannst du ja nie kranen. Wie schön, Mann. Äh, die ist schon hübsch genug. Was hab ich denn da bekommen? Oh mein Gott, jetzt hab ich die Waffe rausgenommen. Was hab ich denn jetzt bekommen? Ich hab etwas für ihr Schwänzchen. Ah, Schwanzschmuck. Macht sie das jetzt stärker, oder wie? Nö. Das wäre da ein schönerer Schwanz hier. Dein Ernstchen? Ja. Deswegen hab ich mich da verkloppen lassen. Für dein E-Kram. Das heißt, du hast all die lila Dingen schon gesammelt. Also, Menko hat gesagt, ziemlich geringer ist. Oh mein Gott. Echt jetzt? Ich wusste nicht mal, was die lila Pünktchen sind. Bis du mir gerade gesagt hast. Ja, ich hab mich so haut den Ofen komplett gequält, all die Punkte zu machen. Mann, warum sagst du mir das nicht? Ey, voll und cool. Voll und cool. Und das ist dann nur der Kinglorwalt. Danach gehts weiter in den Höhen. Nein, nein, da fand ich an zu weinen. Gar nichts, gar nichts, gar nichts. Ja, da gehts weiter. Die schöne Party. Nein, nein. Und dann, wer weiß, kommt dann noch, kommt noch ein Gebiet dabei. Nein, nie wüh. Nie wüh, nie konü. Ich gehe hier gar nicht mehr mit Amai hoch, weil die kriegt ja sofort den Arsch versorgt hier. Wenn ich einmal angefangen habe, mache ich das auch ganz fertig schon. Ja, ich merke schon. Danach kannst du dann meins machen. Nächste Hand. Sind wir mit den Waffen? Die musst du auch selbst machen. Ja, wenn du fertig bist, kannst du halt meine machen. Aber den Ring möchte ich dann halt trotzdem. Es wird elischt. Bitte seid nett zu mir. Oh, jetzt habe ich noch einen Ocker-Schmuck gefunden. Na, es wird ja immer besser hier, Mann. Einen Ocker-Schmuck, Mann. Jetzt kann ich besser schlafen. Hier ist alles für Ikrane, glaube ich. Ja, in diesem Körper findest du nur Ikranse. Alala, Ikran, Ikran. Aber du findest auch Totem und solche Sachen. Dann weiß ich Bescheid. Boah, ich bin müde. Boah, ich muss hier schon voll mal herpes beim klaren Kaffee gehen, weil mein klaren Künstler ist bei dem Maximum. Ja, und dann bringt sie dir absolut nichts. Ja, dafür muss ich gucken, entweder teure Lebensmittel oder so zu kaufen. Mann, ich habe schon so gekämpft hier die 60 Ersatz-Dinger. Ja. So, ich gehe mal eine rauchen und dann wird weiter gesammelt. Na, ich mache den Stream aus, aber ich spiele noch ein bisschen. Oh Gott. So Leute, dann danke, dass ihr da wart. Ich mache aus. Ich werde langsam sehr müde. Wie gesagt, danke, dass ihr da wart. Euer Herz. Ich habe mich gefreut über jeden einzelnen. Danke für die Abos, die Follows, alles, was ihr mir geschenkt habt. Eure Aufmerksamkeit. Ich küsse euer Herz. Und dann sehen wir uns die Tage. Ciao. So, dasselbe für TikTok. Danke, dass ihr da wart. Ich küsse euer Herz. Bis dann. Ciao. Ein Minuto, wo? Vielen Dank. 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 So, Oh, Yeah, 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 I, Yeah, das möchte wer dich hat weil es wieder ist in 600 das könnte wie ist der freie sowieso ist das nicht schwer du musst da doch alles richtig kategorisieren bei hinten ja ich will gar nicht hoch mal bild an alles ich weiß nicht ob der lüge ist noch weg Wird den anderen in sich gemeldet. Ja, ja. Bisschen Bisschen Blivite gelesen. Ja, mitsch entschuldigt. Und nur Affaires wäre. Ja. So, die Dornen habe ich dann auch gemacht. Hier ist noch ein Move für Punkt, was ich übersehen habe. Und ich bringe heute noch ein paar Basis. Wie muss ich den Move für Punkt machen? Ja. Ja. Oh nein, das ist noch ein Wack, dass wir den ganzen Rund gehen müssen. Ok. Ich bin hier. Meide. Ich sehe eine Aushubmaschine, die den Seegrund absägt. Uuuu. 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 Wapposchki noch schlafen. Ich versuch's da nur. Okay. Ich schaue los. Dann hören wir uns mal. Jupp. Uuuu. Ich schaue los. Ich schaue los. Ich schaue los. Let's go. Ich schaue los. Hier kommt er, da muss er. Ich baue euch shattered. Geh weg! Okay. 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 Ja, ja! Ja, ja! 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 Eine! Ja! Was ist das? 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 Ich... Was? Und Tiere? Ich... Was ist das? 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 Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was? Was? Was ist das? Was? Was? Was ist das? 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 Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, da warten wir schon den neuen Turm. So, heute im Nivellbereich werde ich noch Prässe gefunden. Genau so wie hier an dem Nivellbereich. Aber grundsätzlich ist schon nur ganz gut. Warte. 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 dann liebe leute für heute reicht es wir werden uns in ein paar stunden wieder hören bis dahin schlaft alles schön und wir hören uns dann demnächst wieder